Musik Herzlich Willkommen! Wir brauchen eine Hoffnung in dieser Zeit, in der wir uns auf nichts mehr verlassen können. Jesus ist der Fels, in dem wir uns bergen können. Ein Fels, der sich nie verändert und der uns Hoffnung und Hilfe gibt. Wie wunderbar! Hoffnung um zwölf, wir wollen dich ermutigen. Werden oder sein? Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet.missionswerk.de oder auch im Chat. Und das Telefon ist heute nicht besetzt. Werden oder sein? Die Bibel sagt, dass Gott schon da war, bevor wir da waren. Und das ist kaum zu fassen. Es heißt ja auch schon, im Mutterleib war ich da. Und das ist wunderbar. Der Ich bin war dann schon da, bevor wir wirklich physikalisch existiert haben. Und in Jeremia 1, Vers 5 lesen wir, ich kannte dich, bevor ich dich im Mutterleib geformt habe. Unvorstellbar. Aber das ist Größe Gottes, wo wir immer mehr begreifen dürfen. Und noch eine Bibelstelle, Apostelgeschichte 17, Vers 28. In ihm leben und bewegen wir uns und haben unser Sein. In ihm. Ja, in ihm, unser Sein. Sind wir sein Kind oder sagen wir, wir werden es einmal. Wenn ich alt werde, wenn ich Probleme habe, dann werde ich vielleicht Gottes Kind. Ich sage dir, du kannst es raussuchen. Werden oder sein. Das Sein ist das Bessere, glaube ich. Danke, Herr, dass wir es aussuchen können. Und ich danke dir dafür, für jeden, der ausgesucht hat, ein Kind von dir zu sein. Danke, dass wir das sein dürfen. Und dass du schon, Herr, Herr, vor unserer Existenz da warst. Und, Herr, dass du jetzt da bist und mit uns bist. Danke. Amen. Amen. Wir werden wieder hören, was Gott getan hat. Aber zuerst möchten wir beten. Und mit einem Gebetsanliegen für eine Mutter möchten wir beginnen. Ich möchte um Gebet bitten für meine Mutter. Sie hat schwere Probleme mit ihren Beinen. An einem hat sie eine Wunde, die immer größer wird und nichts hilft. Ich möchte auch bitten für den Tumor in der Brust, dass er verschwindet. Ich danke euch sehr für die Hilfe im Gebet. Und, Jesus, ich danke dir, dass du diese Mutter kennst, diese Frau kennst, die so Probleme hat mit ihren Beinen, die offene Wunden hat und wo es sicher auch sehr schmerzt. Und ich danke dir, Jesus, dass diese Wunde zuheilt, dass du da wirklich ein Wunder tust, dass diese Beine, diese Wunden zugehen und dass dein Heilungsstrom durch diese Beine fließt, dass auch die Durchblutung wieder in Ordnung kommt und dass wirklich diese Schmerzen verschwinden und diese Beine zuheilen. Und auch dieser Tumor in der Brust, danke, dass er verschwindet, dass jede Zelle austrocknet, die da nicht hingehört und dass dein Heilungsstrom da wirklich Großes bewirkt. Danke, dass du ein Gott bist, der Wunder tut. Und wir danken dir für dein Eingreifen. Amen. Amen. Um Heilung eines Tumors für ihren Bruder, schreibt diese Frau. Mein Bruder leidet an einem Hirntumor. Die Ärzte sehen eine Operation als notwendig an. Ich bitte für meinen Bruder um Heilung und dass der Tumor sich zurückbilden möge. Ich bitte zudem für ihn um Kraft im Glauben an Jesus Christus. Jesus, wir danken dir, dass du diesen Bruder kennst und dass du wirklich da eingreifst, dass dieser Hirntumor entmachtet ist und dass er verschwindet, dass jede Zelle wieder hergestellt wird in deine göttliche Schöpfungsordnung und dass dieser Kopf funktioniert. Dass dieses Gehirn funktioniert. Danke, Jesus, dass du ihm auch beistehst, dass er Kraft hat, dass er wirklich Glaubensmut bekommt. Danke, Jesus, dass du eingreifst. Und wir legen dir alles hin. Im Namen Jesus. Amen. Amen. Schreib uns dein Anliegen, wenn du Gebetshilfe brauchst. Die Infos sind wie immer eingeblendet. Der 18-jährige Sohn meines Kollegen hatte letzte Woche einen schweren Fahrradunfall, schreibt da jemand. Er liegt seither mit einem Schädel Hirntrauma und Verletzungen am Gehirn im Krankenhaus. Er hat viele Brüche im Gesicht und am Kiefer. Im Moment liegt der Junge im künstlichen Koma. Herr, bitte beten Sie für den Jungen, dass er wieder ganz gesund wird. Oh ja, danke. Danke, Herr, dass wir diesen jungen Mann dir hinlegen dürfen. Herr, danke, Herr, dass du jeden Riss, jeden Sprung, jeden Bruch, alles kennst, Herr, im Kopf, im Schädel und all das, was da beschädigt ist. Herr, danke, dass wir in Jesu Namen bitten dürfen, dass wieder alles, jeder Knochen wieder richtig zusammenwächst und jeder Nerv und alles, was da irgendwo Schaden genommen hat, dass er wieder völlig gesund wird und dass nichts zurückbleibt. Danke. Amen. Diagnose Parkinson. Eine Frau bittet um Gebet. Seit längerer Zeit habe ich meine Depression mit Tabletten einigermaßen im Griff. Nun kam die Diagnose Parkinson hinzu. Bitte betet für mich. Wie wunderbar, dass wir auch für Dinge beten dürfen, wo es medizinisch keine Aussichten mehr gibt. Und wir erleben immer wieder, dass Gott Wunder tut. Danke, Herr. Herr, 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 Herr Und auch ihr alle Ängste nimmst. Danke. Amen. Amen. Ja, Gott hat eine Lösung für alle unsere Probleme. Und wie wunderbar, wenn wir diese Zeugnisse hören. Finanzielle Situation bereinigt, schreibt uns eine Frau. Und sie schreibt, danke für ihr wertvolles Gebet und die Ermutigung und Wegweisung für mein finanzielles Problem. Am Samstag erfuhr ich, dass der Cousin die andere Hälfte der Schuld bezahlt hatte und die Forderung an mich von der Firma fallen gelassen wurde. Ich bin überaus froh, dass Jesus für mein Recht gesorgt hat. Ja, er streitet wirklich für uns. Wie wunderbar. Und von starker Berührung bei den Heilungstagen berichtet diese Frau. Sie schreibt, dankbar und froh gebe ich mein Zeugnis. Bei den Heilungstagen wurde meine Haut von Erfrierungen an fünf Fingern geheilt. Gottes Kraft hat mich einfach umgeworfen. Gott lässt uns nicht im Stich. Er ist unser Versorger, wie dieses Zeugnis zeigt. Der Herr hat bezüglich meines Gebetsanliegens Finanzen eingegriffen und geholfen. Ihm sei Lob und Dank. Auch dem Gebetsteam herzlichen Dank für die Unterstützung. Wie schön. Und eine gravierende Verbesserung erlebte diese Frau. Sie schreibt, ich hatte über 30 Jahre entzündlichen Darm, immer Durchfall. Ihr habt für mich gebetet und ich erlebte eine gravierende Verbesserung. Danke für die Gebete und danke für die Sendungen auf Bibel TV. Und ein letztes Zeugnis für heute. Aus Österreich kommt das. Da berichtet eine Frau von ihrer Heilung. Sie schreibt, ich wurde durch ihr Gebet von Thrombose geheilt. Danke, Jesus. Was für eine Vielfalt wieder, was Gott getan hat. Und wir können gar nicht alles vorlesen. Und das freut uns so sehr. Hast auch du was erlebt? Lass es uns wissen. Ja, heute der Tipp des Tages. Werden oder sein. Das kannst du sehr, sehr ausweiten. Man kann es, wie ich schon sagte, bin ich ein Gotteskind? Will ich eins werden? Werden oder sein? Bin ich in seinem Frieden oder werde ich seinen Frieden erflehen? Das sind alles solche Dinge. Und ich sage dir, mach dir mal darüber Gedanken. Werden oder sein? Und ich sage dir, das Sein ist besser. Du darfst uns gerne deine Gebetsanliegen schicken. Die Infos sind wie immer eingeblendet. Und das Telefon ist heute nicht besetzt. Ja, und wir haben wieder das neue Magazin für dich. Wenn du es noch nicht hast, bestelle es völlig kostenlos auf unserer Webseite. Und schön wäre es, wenn wir dich begrüßen dürften am Sonntag zum Gottesdienst hier in Karlsruhe. Wir wünschen dir alles Gute und Gottes Segen. Der Herr segne dich. Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich. Das und noch vieles mehr findest du auf Deutsch.